Eine Minute noch, das wird nichts Däger, wird nichts Däger. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Wie dreckig sie lacht, ne? Ja, aber halt. So richtig dirty. Ich die Vermahler ist aber halt. In mein Crew. Okay, wir haben es nicht geschafft, überhaupt ein Flugzeug zu kriegen. Ihr fährt wie eine Fotze. Alter, aber Fotzen fahren viel Glade. Ich glaube, ich habe dir gerade voll an die Tippen gefasst. Ja, ich habe auch so gewusst, wie ich gerade, ey. Was ist denn so? Lass mal fummeln. Ich strecke die Hand aus und greife dir an die Tippen. Hallo meine Knutailers und willkommen zu einer lang ersehnten GTA-Session mit Eddie Reimers. Tag. Und den Michaels. Einen wunderschönen guten Buongiorno. Tamiro ist verschollen und ihr habt ja euch wieder eine GTA-Session gewünscht und die bekommt ihr jetzt auch. Gang erhöht, Spezialagent. Oh, ich bin Spezialagent. Ey, ich glaube, der da hinten hat nichts Gutes vor. Wegpunkt weg. Der will rein. Lass ihn rein, tönt ihn nicht. Nein, lass ihn rein. Ich bin nicht mitgefahren. Oh, der Arme. Das war vielleicht ein Abonnent. Na und? Alle Abonnenten müssen sterben. Netzwerksfehler wie gestern. Oh, wie Arme. Oh, it's not must die, ey. Es ist einfach so. Was hat der vor? Keine Ahnung. Komm, lass ihn doch mal einsteigen, jetzt den Armen. Guck mal, der fährt uns hinterher. Das ist bestimmt einer, der immer mit uns gezeigt hat. Warte, warte. Töte ihn nicht jetzt. Nein, Eddie, nein. Ich darf dich. Ich darf dich. Nein. Wo ist meine Pistole? Du's nicht. Das ist ein Abonnent. Süß. Nee, du schießt den, Eddie. Ich sag's dir. Er soll einsteigen. Ja, komm. Guck nicht. Wie darfst du denn jetzt? Okay, komm. Wir steigen alle ein. Nein, ich will nicht fahren. Bitte noch mal. Okay, die Sirene ist auch schon wieder im Eimer. Tamiro wurde jetzt ersetzt. Durch irgendwen. Das ist random. Wird knapp mehr in zwei Minuten. Mach das nicht, wenn ich Wasser im Mund habe. Du hast ja sonst ganz andere Sachen im Mund, wenn sie das machen. Eine Minute noch. Das wird nichts Däger. Das wird nichts Däger. Das wird nichts Däger. Lass mich in Ruhe. Genau. Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott, ey. Lass mich in Ruhe. Warte ich ganz klar nicht wach. Was du lachen musst. Lass mich im Gnu. Wie dreckig sie lacht, ne? Ja, aber ey. So richtig dirty. Echte Vermahler ist aber halt. Lass mich im Gnu. Du dumme Gnu. Komm, dumme Gnu. Mir in mein Gnu. Okay, wir haben es nicht geschafft, überhaupt ein Flugzeug zu kriegen. Zerstören. Oh Gnu, Alter, echt jetzt. Locker bleiben. Locker durch die, locker durch den Schlipfahnen. Ich hab alles im Griff. Ich hab alles. I got everything in the grip, ey. Geil, ey. Lass mich in Ruhe. So, das steht da ganz gut, denke ich. Lass uns in Ruhe. Was habt ihr heute Morgen zum Frühstück gehabt? Ihr fährt wie ne Furze. Alter, aber Furzen fahren viel Glade. Äh. Achso, ich hab auf die Straße geguckt, aber leider unten mit dem Navi. Was zur Hand ist, krass. Was ist das? Hä? Hä? Oh, Furzen fahren viel Glabber. Mit meiner Crew. Mit meiner Crew fahren die Furzen alle total glatt. Mit meiner Crew fahren die Furzen alle total glatt. Wie schnell ich totfällt. Mal gucken, ob wir es noch in die Top 3 schaffen. Okay. 3, 2, 1 und raus. Los. Auf welcher Taste mach ich nochmal auf? Ich hab keine Ahnung. Echt nicht? Bin F. Okay. Ah, ich fall da. Ah, shit. Oh, ganz knapp. Ey, way. Bist tot? Hey, ich bin dritter. Ach, ja. What? Hahaha. Du bist doch tot. Nein. Ne, dein Kumpel ist tot. Der hat auch einfach mitgemacht. Ja, ich bin dritter. Und jetzt bin ich tot, scheiße. Oh, ne. Doch nicht. Hahaha. Das war richtig geil. Hahaha. Echt, der kann echt nix, ne? Nix drauf außer Zahnbelag, ey. Baaah. 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 Hahaha. Hahaha. Schau mal aus bei mir. Mal das. Hä? Wieso isst du nen Snack? Weil ich da Bock drauf hab. Hahaha. Egal. Und er liegt hier längst und einfach auf dem Boden, statt ihn aufzuessen. Normal. Hahaha. Oh mein Gott, das ist ja das Wahnsinn. Geilste Mutter hat das niemals gesehen, aber ey. Gnu, wir müssen unbedingt fahren. Gnu, 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 Gnu. Gnu. Darf ich fahren? Gnu, Gnu. Darf ich fahren? Gnu. Wie machst du das? Darf ich fahren? Ich glaub ich hab dir grad voll an die Tür gefasst. Ja, ich hab auch so, du wirst mich gerade, ey. Hahaha. Wie machst du das? Das befummeln? Ja. Ich streck die Hand aus und greif die an die Tür. Hahaha. Ich will wissen, wie du zum Spiel machst. Hahaha. Kitzel, 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 kitzel. Bück dich mal, bück dich mal und mach das. Geht das? Hahaha. Ne, warte mal, das ist ne Falle. Ach, du bist da, hab ich gerückt. Hau, Mann, ihr Arschlöcher. Hahaha. Ja, weh weggefloeren, alter. Versuch, versuch, dich. Hab' ihn! Ja, hab' ihn! Bitch! Er reckt mit. Er reckt. Hahaha. Yes, Michels. Oh ne, mein Bruder ist hier. Geil. Ach, bist bei ihm eingestiegen? Ja. Nice! Ich wusste nicht das erst, ich dachte voll nett. Hat der uns nicht vorhin umgebracht? Guck mal, zwei Brüder, die sich wieder sehen im Spiel, wie geil. Und der bringt uns um, oder? Ne, der ist auch nett. Ne, ne, der ist auch ein Kumpel von mir. Ach echt? Der ist voll in Style, hat der es echt. Videologen? Ja, der erfährt das halt auch. Videologen, wo du draufstehst, ist aber so völlig, boah, mach ich immer so. Wie geil das aussah. Aber echt? Alter Schwede, der ist mir sowas von über die Schuhsohle gefahren. Das war GTA Homie Bundle mit Mike Hicks. Tamuro nichts. Und im saftigen Gnu, wir haben den Arsch nicht erwischt. Und in meiner Wenigkeit, Eddie Reimers, wir sehen uns bei der nächsten Explosion. Ja, bis dann. Und schaut unten in der Videobeschreibung, da sind die anderen beiden Channel verlinkt. Richtig. Richtig. Genau. Komm, Michael, tu es. Schieß das Auto ab. Welches? Ich hab doch schnell ab. Ich hab keine... Oh, Leute. Du drauf bist, du Sau. Du Sau. Wow. Wie er noch extra runter geht. Du drauf bist. Du drauf bist. Du drauf bist. Du drauf bist.